Hallo, willkommen bei Conny Canarias Spanisch mit Conny. Einen wunderschönen guten Morgen. Bienvenidos a Conny Canarias. Un muy buenos días. Es geht los. Empezamos. Enrique und Luisa sehen uns nicht. Enrique und Luisa sehen uns nicht. Enrique y Luisa no nos ven. Ruf sie. Llámalos. Ja, ich werde sie rufen. Si, voy a llamarlos. Si, voy a llamarlos. Ich will sie zu einem Aperitif einladen. Ich will sie zu einem Aperitif einladen. Quiero invitarlos a un Aperitivo. Quiero invitarlos a un Aperitivo. Rufen, rufen, llamar, llamar. Sie kommen schon, sie kommen schon. Ja vienen, ja vienen. Ich lade euch ein, ich lade euch ein. Os invito, os invito. Nein, mein Lieber. Nein, mein Lieber. No, hombre. No, hombre. Wir sind am Anfang des Monats. Wir sind am Anfang des Monats. Estamos a primeros de mes. Estamos a primeros de mes. Ich will sie nicht einmal sehen. Ich will sie nicht einmal sehen. No quiero ni verlas. No quiero ni verlas. Schmecken sie dir nicht? Schmecken sie dir nicht? No te gustan, no te gustan. Dick machen, dick machen. Engordar, engordar. Al zu oder zu sehr. Demasiado, demasiado. So, das reicht für heute. Suficiente para hoy. Muchas gracias. Hasta mañana.